Warum sabotierst du uns, damit du mehr Punkte setzen kannst? Ich tue jetzt alle meine Punkte auf Niederlage und dann springe ich nur noch in den Toten ein. Nein, ich setze nicht, ich mache keine Wette mit. Wir haben ja ein cooles Auto. Teilnehmer dürfen nicht mitwetten. Guck mal, meine neuen Klamotten, meine neuen Klamotten. Sehr gut, schönen Anzug an. Was war das? Achso. Oh, er hat einen Punkt geholt. Dir auch. Spam mit dir. Für weh, mach. Mein Gott, was stelle ich mich auch an? Multiball. Ich brauche einen Multiball. Geht mir eine Multiball. Wetten funktioniert besser, wenn man auf das richtige Ergebnis setzt. Das ist meistens so viel. Das ist einer deiner super tollen Ratschläge, die immer wunderbar funktionieren. Die sind gut im Teamspiel. Ja. Dann sollten wir einfach besser machen. Multiball. Das sollten wir vielleicht nicht im Spiel spielen. Nein. 60. Da habe ich es gerade nicht gesehen. 60 Punkte wurden gesetzt, dass wir gewinnen. Wow. Und 1000 Punkte darauf, dass wir verlieren. Wow. Dafür, dass wir die letzten zwei Mal gewonnen haben. Das ist scheiße. Das ist nicht traurig. Das heißt aber, wir müssen jetzt gewinnen. Weil dann fallen. Richtig viele Leute punkten. Äh. Wir haben 1 zu 7. Wenn ihr nur verliert, dann ist das befrucht. Multiball. Oh, du kommst gegen die Wand. Na? Ja. Wo sind die Gegner? Oh. So zwei sind gerade weg gegangen. So zwei sind gerade weg gegangen. Oh. 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 Weg da. Weg da. Ren. Okay. Alles gut. So. Der kann auf jeden Fall was werden. Doppel K.O. Denkt euch nicht mit Moneyball. Ich hab's erwischt. Oh. Das kannst du doch nicht machen. Denk doch an dem. An deine Punkte. Ich weiß. Das ist ja das Problem. Moin KK. Schön, dass du auch da bist. Moin Kaka. Moin Kaka. Äh KK. Es sind so viele K's. Nehm mich. Nehm mich. Ball. Ball. Nehm mich. Nehm mich. Hopp. Gut gemacht. Nehm mich nochmal. Nein. Du nicht. ein Ball. Beter hat nur wann. Ich nicht. Der war zu langsam. Muss ich hier auch so sammeln. Nehm ich mal der komplette Pool wird ausgelacht. Au. Au. Bleibt gleich anteilsmäßig an die gewinnerlichen Weg. Au. Er hat mich gemultivallt. Der Sau. dann geht's dann geht's ich dachte ihr verdoppelt immer die sind die sind zu gut im team spiel nachdem wo die bei cloud will auch gold für unser team holen bin ich dann auch team gold ein bisschen rock ich habe immer so das gefühl dass ich sagen muss das war ein schuss in den rufen darf das gehört nichts ist entschieden wir gehen sie auch wieder in führung hat wieder ein doppelgarten noch ich habe noch immer sprung da war dazu der fucking zug hat mich gekillt aber was machst du denn ich dass ihm gott in führung geht das ist okay das ist okay wenn ihr die punkte nur auf und untereinander aufteilt dann ist okay wenn wir jetzt verloren haben normalerweise nicht normalerweise nicht und wir sind wieder in auge wir sind ja wir sind wieder in holz abgestiegen je nein wenn ich alles gut dann wirklich einfach kein punkt das ist okay tiefer sinken kann man aber nicht noch tiefer als wir meint ihr so nächste vorhersage ihr könnt alle wetten okay fehlt noch erziele sieben knockouts in einer einzigen runde das werde ich niemals schafft hast du alles andere hast du schon bestimmt du rennst jetzt rum und machst du alle fertig alles andere schon ich bräuchte zehn lupfbälle gewinne ein spiel im duel oje oje diamant klar ich muss einen von euch als ultimativen wurf werfen und damit noch zwei leute umbringen nämlich die ist da alle blog party verträge ab ja aber ja nicht warum nicht gewinnen spiel im duel oder nein aber was ist damit gewinnen fünf spiele während du in einer gruppe mit nur freunden spielst nur mit freunden hast du ja dafür müssten halt mal fünf mal gewinnen das ist so wie gestern wo ich gewinne ein spiel mit einem nur gruppenfreunden in der gruppe wo du gesagt hast wir haben wir haben schon so oft gewonnen und ich hatte die aufgabe immer noch am ende ja stimmt ihr habt vergessen dass sich zwischendurch allein gespielt habe da haben wir gewonnen 1002 punkte gegen 750 punkte 1 2 ist ein merkwürdiger betrag ich habe auf niedernage gesetzt also spiel wie immer ich gebe jetzt den bürger den bürger mal an mag ich habe auch ganz offen nein der explodierende ball ich habe mich abzuschieben der kriegt mich nicht zu schnell das heißt ja ich sehe alles gut weißt du mich jetzt an weil ich mal gut spiel ja er ist so ungewohnt er glaubt du schummelst ja klar ich habe jetzt in dem bot drin aber ich irgendwie hast du mein talent mit aufgesucht das war einfach auf wir sind halt gar nicht schlecht die jungs wir sind besser ich bin schon wieder daneben so egal dann gehe ich eben da rein da ist natürlich nichts nein das war nicht gut ist das war gut ich versuche ich versuche mich jetzt ich versuche mich jetzt einfach mal aus dem kampf ausdeutschen was so geht das wer dann wie sieb kommt draußen hat mich scheiß bombe die kann man nicht fangen doch kann man sie hören aber nicht wenn sie halt schon zu weit dickert ja das ist das problem aber es ist es erst die erste runde alles gut noch sehr gut weiter so okay ja aber noch ist das spiel nicht aus noch kriegt ihr kein geld ja das ist ein problem ich habe gerade gegen drei das und wer das ist ich bin zu mächtig hätte fast funktioniert wenn ich kein weiter bei rufen oder er hat und danke auch mein kopf gemacht ich hab gerade alle umgebracht das ist das in ordnung mag so kopfschmerzen meine zwei punkte bis auf zwei punkte gesetzt ich höre so da sind so also ist einer das war player of the game ja ich sehe leider nicht aber mvp kann man hier werden ja ich habe es eigentlich gehört aber ich wusste nicht wo das ist ich wusste aber das war zu spät nein du bist die ganze zeit neben mir gelaufen nein es waren zwei zwei gegner sehr gut nichts ist entschieden sehr gut das sind wir ja ich habe gefangen und seinen kollegen damit erschlagen übrigens leute im chat ihr verloren er noch nicht und das schon die zweite oder nicht ja aber die erste aber verloren also zeichen der hase will immer gewinnen ich habe beschlossen ich leg mich mal hin ausrufen nichts ist entschieden ich habe das hast du sehr gut gemacht ja der hat gemeint auf mich zu fliegen zu müssen da habe ich einen abfall schafft geworfen überhaupt da wo er hingehört aber kurz bei dir sind die ja look up seht's zeh ich zu nein 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 die nimmich wenn doch nicht weg habe das bringt nichts mit einem hinterher zu kreisen und ich schon dann habe ich gefangen tatsächlich endlich mal endlich ich denke auch mal was ja das glück ist vorbei ja wie vor die luft gejagd ja lol ach so willst du geht weg jetzt will ich ja nicht mehr jetzt will ich ja nicht mehr au höh der drehschuss ich mag nicht diesen kreiselball was war denn das für ein scheißwurf nein er ist in den Müllschacht gefallen mein Ball ja schmeiß da mal ein paar Gegner rein nein ich will da in den Ball ich hab dich hochgehalten nein oben 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 und lass mich sitzen yes der nächste Punkt gewinnt ich versuche weg zu bleiben ok hallo ich war so weg zu machen hallo ok wir haben einen Sieg das heißt ja wer jetzt auf Sieg gesetzt hat der kriegt jetzt Punkte ja KK hat auch Niederlage KK leider verloren KK hast du kein Vertrauen an uns KK KK hat mich ja versucht zu bestechen hat er in meinem Chat hat er in meinem Chat geschrieben spiel so wie immer spiel so wie immer spiel so wie immer KK dafür gibt es nur eine Kirschaufladung amt so ich bin endlich zur Vorhersage bin endlich bei 30 oh setz uns noch mal hoch seit mir läufig benutzt man die Energy eigentlich automatisch und sowas wie gesagt wetten ist einfach mal ein richtiger Tipp was benutzt man automatisch äh die ganzen Energydrinks und die XP-Booster und sowas äh die Energydrinks nicht die XP-Booster ja ok du